so willkommen zurück hier ist unser mediamarkt ich hatte vorhin schon mal einen zweiten mediamarkt hier vorne aber der ist nach einem gebäudeaufstieg leider verschwunden so jetzt haben wir aber hier dieses gebäude stark am aufsteigen deswegen muss ich hier zusehen dass ich hier platz schaffe nur für den mediamarkt so das sollte reichen ein casino habe ich hier schon gesetzt damit das ganze hier schneller geht so jetzt warte ich eigentlich nur darauf dass dieser mediamarkt ihr seht das hier der mittleren einkommensschicht und mittleren dichte zu einem mediamarkt der hohen dichte wird ich erhoffe mir dann ein etwas größeres gebäude im mediamarkt style tourismus ist noch vorhanden ich halte mal kurz ausschau irgendwo vielleicht noch ein mediamarkt gekommen in der letzten folge hatte ich ja gesagt wann so ein mediamarkt entsteht so hier kann ich nichts mehr sehen was nach mediamarkt aussieht das hier ist ein markt so die größe von dem gebäude hier ist schon die maximale ausbeute also die beiden hier werden nicht stören jetzt muss das gebäude nur an sich aufsteigen so verbrechen nimmt zu ich bin da hier im baukasten modus kann ich ruhig ein bisschen ausbauen so 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 So, ich kann ja einfach hier die großen Teile bauen. Kurz ein bisschen ausbauen das Ganze. So, bei der Feuerwehr auch. So, hätten wir das gelöst. Das wäre es jetzt, wenn hier auch ein Mediamarkt kommt. Lassen wir uns überraschen. Ich halte nochmal Ausschau. Nichts zu sehen. Falls ich was übersehe, schreibt es in die Kommentare. Ich greife sie einfach mal nieder, denn hier war vor uns schon ein Mediamarkt. Oh, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Was ist das hier daneben? Eine Bank. Eine Bank neben dem Mediamarkt. Das passt ja. Ich mache nochmal ein Screenshot für die Thumbnails. Und noch eins. So. Nein, Mediamarkt ist weg. Oh, es sieht gar nicht gut aus. Zwei Gebäude hier. Oh, Jemine. Das dauert jetzt hier einen Moment. Ich schau mal her. Hat sich hier was gebildet? Oh, oh, oh. Nach was sieht das aus? Haha. Das sieht doch aus nach einem. Na? 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 Komm schon. Na? Na? Und dann kommt auch ganz stark nach einem bestimmten Gebäude aus. Lügner immu. Er verkauft die schon im Mediamarkt im Sud to an. Okay, ich schaue gleich wieder vorbei. Oh nein, was ist denn hier draus geworden? Oh nein, schnell wieder zurück. Da hat sich noch nichts getan. Was passiert denn hier? Aber das sieht mir gar nicht nach dem Media Markt aus. Ganz ehrlich. Das sieht gar nicht gut aus. So, hier ist immer noch kein Media Markt eingezogen. So, jetzt haben wir einen neuen Tag. Neues Glück. Oh nein, oh nein, was haben wir hier denn? Big und Co. Big und Co. Geschäft. Aber hier, ich weiß nicht wie das große Media Markt aussieht, falls es das gibt. Aber hier haben wir noch mal eine Chance. Jaaa. Jaaa. Wuhuuu. Media Markt. Aber auch wieder nur das mittlere. Die Leute kommt nicht rein. So, so. Offen blinkt da. Aha. Okay. Jaaa, das sieht doch schlecht aus hier. Jaaa. Oh je, ne. Oh je, ne. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich probiere jetzt einfach mal mein Glück. Setze hier die hohe Dichte an. Mal sehen. Mal sehen. Ah, das dauert zu lange, bis das Gebäude hier aufsteigt. Jaa, der ist eindeutig weg. Okay. Aber ihr habt jetzt gesehen, Media Markt kommt einfach in die Gewerbegebiete. Ich sehe jetzt so auch nichts mehr, was danach aussieht. gut das soll es gewesen sein ein paar media markt folgen freut euch auf die nächsten sim city let's place schaut auf dem kanal cube world company of heroes und nach jeder mecke andere spiele werden folgen macht's gut bis dann